Hallo und herzlich willkommen zurück mit einer Runde Last Chaos mit eurer Paragora Anni. So, ähm, ja, schauen wir mal, was machen wir denn jetzt? Wir haben ja wieder ein paar Quests und so, auch mal alte Quests, mal so erledigen, nicht immer neue. Also die neuen alten, das sind ja meistens die gleichen. Erstmal muss ich meinen Schutz gleich holen, Moment. Äh, wo war der nochmal? War das auf dieser, auf dieser Seite? Ich gucke? Ich gucke? Nee, du nicht da. Ach, nee. So, nehmen wir, haben wir. So. Äh, gut, wir gucken mal kurz. Wir haben in der letzten Folge, äh, ganz konkret krass verkauft, äh, sind, ähm, noch keine Millionäre, aber, äh, das kommt noch. So, ähm, äh, wir können ja mal nach Draht da nehmen, wir müssen ja nicht immer in den Tempel dahin, da müssen wir aber auch noch mal hin. Sind wir mal ehrlich, aber Moment, erst mal will ich was anderes machen. Äh, wo war denn das? War das mit den Fähigkeiten hier? Nee, das war das nicht. Ich glaube, ich müsste mal, weil ich gelevelt habe, sowieso gleich nochmal meine Skillpunkte verteilen, bevor wir nach Drahtan eiern. Äh, Freundesliste brauchen wir nicht gucken. Fähigkeitenstatusleiste, das, äh, das seht ihr doch so vom Begleiter. Inventar, Charakterstatus, so, ähm, ja. Können wir mal kurz gucken, Stärke, wir geben uns auch mal hier zwei, weil sonst sieht es so langweilig aus. So, ähm, wo war denn das jetzt hier? Da, 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 ne, das war das nicht. Doch, Fähigkeiten, ne? Nee, da zeig ich schon wieder gleich auf den Mann. Och, Mensch, Anni. Wie ist so? So krieg dich nie erwachsen. Ähm, was soll denn die Zukunft den Anis alle sagen, wenn sie dich hier so sehen? Stehst hier neben Hario? Nee, Haruis? Schöner Name. Kann man überhaupt nicht aussprechen. So, ich mach hier gleich alle Fenster auf. Nee, das war das nicht. Das war das auch nicht. Das war das auch nicht. Hm, wo war denn das? Wo war denn das? Das ist mein Begleiter. Das ist meine Freundschaftsliste. Ja. Schau mal ehrlich. Höfen. So, new system. Was ist das System? Ah, 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 ah. Ah, gut, wir haben jetzt mal alles rausgetestet hier. Hm, Systemmenü. Bestenliste will ich gar nicht wissen. Itemjob will ich auch nicht wissen. Wo ist denn dieses Ding hier? Hm. Gruppensystem. Ah, hier kann man handeln. Gut. Gruppe normal. Das ist mein Juno-Karte. Sitzen, stehen. Ach, ich setz mich mal so lange hin, bis ich hier fertig bin. So, Lehrlingssystem. Bin ja Lehrling, ne? Gut, ich bin immer noch Lehrling. Ja, jötz. Man muss ja mal gucken, ne? Man weiß das ja mal nicht. Ähm. Äh, du warst das nicht, du warst das nicht. Irgendwie stellt mich ein bisschen doof an. Ich wollte eigentlich hier drüber was zu stehen haben. Ach. Begleiterstatus, Questbuch, Fähigkeiten. Fähigkeiten. Ja, das fängt bestimmt noch raus, irgendwie. Ähm. Was wollte ich jetzt? Ach so, wir wollten nach der Rad an. Und ich wollte erstmal zu meinem Meister. Äh, Dungeonmeister will ich jetzt nicht. Ähm. Meister der Nachtwelsen. Da wollen wir doch mal ganz schnell hin, ne? Das läuft bei uns. Das läuft. Und da juckt doch glatt mein Ohr. Ja. So. Jetzt steht mal in mein Meister. Das läuft bei mir. So, Fähigkeiten erlernen. Was haben wir denn hier? Wie viel Fähigkeit es auch kommen? Yippie. So, was wollen wir denn hier mal so? Das sind übrigens die... Die Runden sind die inaktiven. Und das sind die aktiven. Äh, machen wir mal hier so. Haben wir. Haben wir auch. Äh, was ist das hier? Äh, hier. Haben wir auch. Haben wir voll. Äh, das hätte ich gerne hier unten noch in der Leiste. Ähm. So. Haben wir auch. Wir wollen ja alles lernen hier, nicht? Wir kleinen Schlümpis. So. Süsse. Jetzt hab ich mich bestimmt wieder vertan. Ich sag's ja. Gut. Gehen mal hier auf die Liste. Scrollen mal nach unten. Da muss irgendwo... Angriffherstellung einsammeln. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Der kleine Schlumpi. Wo ist er denn? Verkaufsstand? Willig nicht. Lehrlingssystem. Teleport. Einsammeln. Karte. BVK. Handeln. Hab ich das Ding nicht mehr? Ach doch, hier. Augen auf beim Grillenkauf, liebe Anni. Ja. Haben wir. So. Bin ja natürlich hier, ja? Junge Abenteurer. Sind wir mal ehrlich, ja? Das steht mir doch wie... Ne? Arsch auf einmal. Ich seh auch aus wie ein Schlumpi. Ich bin ein Schlumpi. Ahaha. Ja, gut. War nicht lustig. Äh, haben nicht gelacht. Gut. Äh, dann nehmen wir mal zum Teleporter. Wir sind natürlich wieder stinkend faul. Wo bist du denn hier? Teleporter, Schneckchen. Ähm. Wir wollen ja mal nach Dratan, nech? Schmiede, Farmer, Meister. Also bis ich dich gefunden habe, kann ich auch hinläufen. Äh, hinläufen vor allem. Äh, teleportiere dich. Wenn ich jetzt den nehme, dann bin ich gespannt, wo ich hin gehe. Ne, lasst das mal lieber. Ich lov dahin. Gut, wir laufen. Oh, jetzt machen wir ein bisschen nach hinten hier mit der T-Lumpe. So. Schönen Tag. Darf ich mal durch? Ich bin Arzt. So. Ähm. War der jetzt auf der Seite oder auf der Seite? Äh. Ich guck einfach mal. Wo war der denn hier? Jetzt bin ich bestimmt an dem Teleporter gerade vorbeigelaufen, wa? Ach, keine Ahne. Ich guck, der ist hier irgendwo. Hier ist der irgendwo. Ich glaube schon. Teleporter, da. Haben wir. Dafür, dass du ein Teleporter bist, siehst du aber sehr weiblich aus, weil dann bist du eine Teleporterin. Aber gut, ich will mich da jetzt nicht zu sehr auslassen drüber. Ja. So. Moment, ich muss mal kurz Ton weg. Ja, ich bin grad nicht gestorben. Ähm. So. Wo wollen wir denn hin? Wir wollen mal zu Jajan. Ja, 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 ja. Kommen wir mal an die Karte mal wieder ein Stück weg hier. So. Wie hin jetzt in... Falsche Richtung? Ja. Wie hin mal in die Richtung hier, wa? Ne. Wie hin in die Richtung. Äh, ne. Ist auch falsch. Wie hin doch in die Richtung. Ach, Mann, Annie, ey. Bei dir wird man ja ganz besoffen beim Zukicken. So kann man nicht arbeiten. So. Dann nehmen wir mal zu Jajan. Jajan heißt, leck mich am Arsch. Aber gut. Der heißt ja zum Glück, äh... Jajan. Jajan. So, Drachenei-Quiz. Äh, abgeschlossen. Äh, haben wir. Was willst du jetzt hier noch? Willst du noch irgendwas von mir? Ne, jetzt so ein Stück recht. Ähm. Nehmen wir mal zurück. Hab ich jetzt eigentlich im Inventar hier so einen kleinen Schlumpi? Ja, ja, hab ich so einen Schlumpi. Äh, den kann man übrigens nur außerhalb, äh, ähm... Der Stadt sehen. Den kann man nicht in der Stadt sehen. Außer du hast mal einen kurzen Bug irgendwo. Und da... Plump da mal kurz auf. Aber ansonsten... Nicht. Den werde ich mir natürlich gleich auch anlegen. Weil, äh, ich möchte ja, dass der auch lernt und wächst und gedeiht und hast du nicht gesehen und, äh, Tralala und Bumswallera und mich juckt's. Ähm. Boah, ernsthaft? So. Was bist du hier eigentlich für, Ena? Was spielst du hier? Eine Turnierverwaltung? Äh, na denn. Gut. Warte mal, den können wir eigentlich auch gleich schon anlegen oder zulegen oder weglegen? Wo kommt der denn hin? Der Begleiter. Der Begleiter kommt da oben hin. Sacki. So, Drachling. Na, schauen wir mal. Werdet da gleich mit Sicherheit sehen, wenn wir außerhalb von Juno sind. Weil wir eiern jetzt wieder zurück nach Juno. Äh. Und dann sieht er da so einen kleinen Scheißer rumflattern. Den kann ich auch später bestimmt einen Namen nehmen. Sacki. Äh. Jetzt muss ich gerade mal kurz überlegen. Äh. Jagdankündigung. Laufende Quest. Fertige Quest. Wo muss ich denn da jetzt eigentlich hin? Sind wir mal ehrlich. Achso, das war ein Belfast-Tempel. Wattest du das hier? Ach, das ist das gleiche. Fertige Quest. Watt, eh eine Fertige Quest. Ist das traurig? Ernsthaft? Ja, gut. Dann wollen wir mal ein bisschen wieder quetzen erledigen. Äh, eiern wir mal nach Juno. Zacki. So schnell geht das. Die Lumpe. So, mein Dings hab ich noch. Läuft bei uns. So, ähm. Boah, ernsthaft? Jetzt steck ich hier in einer Menschenmasse. Hab ich... Wir haben... Hallo, wir haben Corona. So, ähm. Na, Tränchen, was spielst du jetzt hier für eine Rolle? Was willst du denn jetzt hier von mir? Erzähl mir mal. Äh, Drachenei-Quest. Ja, du mich auch. Hab ich gerade hinter mir. Hab ich erledigt. So, haben wir denn hier noch irgendwie eine AAA? Eine AAA? Ne, haben wir nicht. Gut. So, dann werden wir mal... Ich bin ja auch doof. Äh, herauszoomen. Die war der Teleporter namen Rien. Ne? Rien, ja. Wir wollen ja in den Tempel. Hm. Wo ist er denn, der Jute? Der Rien. Da ist der Rien-Buch. Rien-Bewegen. Ja. Können natürlich auch draußen ein bisschen was machen, aber das wird auf Dauer langweilig. Wie gesagt, quetzt. Quetzt machen wir. So, guck mal, da ist mein kleiner Scheißer. Da ist er. Paragora-Anis-Drachling. Ist das nicht ein kleiner Süßer? Ja, wenn ich jetzt aber in den Tempel gehe, dann bist du nicht mit bei. Das weißt du, ne? Man sieht dich nicht. Guck mal, wir könnten jetzt hier... Ernsthaft? Guck mich meinen Drachen hier an. Verpiss dich denn, oder was? So, gut. Guck mal. Wir können ja mal ein bisschen hier bum bum machen. Dann kannst du auch mal ein bisschen was tun. Guck mal. Wir haben ja so ja eine Sau-Squatch. Quetzt. Meine. Ich glaube, der kann das später auch aufsammeln. Also, da muss ich mich nicht mehr bewegen. Passt ja zu mir das Spiel, weil ich ja auch stinkend faul bin. Äh, ja. Haben wir. Warum hast du den anderen nicht gezählt? Ah, egal. Ja, äh, weil... Oh, man merkt das gleiche, ich hab ne andere Waffe dran. Läuft bei uns. So. Stehst mir da zu viel rum? Freund der indischen... Äh, nee, nee. Du bist nicht ein indischer... Brotsuppenfreund. So. Ein Elite-Re will ich nicht. Die sind mir zu uncool. So. Sau-Squatch-Fell. Da war doch auch irgendwie eine Quest. Oder vertue ich mich da. Das war mal eine Quest wahrscheinlich. Ach, egal. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, mein kleiner Scheißer hier. Was hast du denn schon für Fähigkeiten? Eigentlich ja keine, wa? Äh, äh, äh. Ja. Gesundheit. Blablups. Warte mal, den Tötig mal währenddessen. Ja. Müssen wir mal gucken. Hier muss ich erstmal wahrscheinlich eine ganze Weile draußen haben, bevor hier irgendwas passiert. Tja, schade für dich, wa? Oh, tut mir jetzt ja nicht leid. So, komm. Du guckst mir auch zu sehr meinen kleinen Kacker hier an. Mal sehen, wie ich den nenne. Ihr könnt mir ja mal runterschreiben unter dem Video hier, wie soll ich denn später mal, wenn ich das kann. Ich weiß ja nicht. Ich muss mich erstmal kundig machen. Den kannst du später irgendwie umbenennen, wie ich den kleinen Kacker hier nennen soll. Der wird ja auch noch groß. Das wird ja auch noch mein Reit hier. Also auf dem kann ich dann durch jeden flattern. Vielleicht habt ihr ja einen Lustigen Namen. Oh, ein Bogen. Der ist bestimmt nicht für mich. Hammer. So, dann gehen wir mal rin ins Gelumpe. Vielleicht finden wir ja das hier noch mit diesem komischen Jedönsdöns, was wir da suchen. So, jetzt seht ihr, jetzt ist er wieder weg, der kleine Begleiter. Aber wir gehen trotzdem erstmal hier rin und dann nachher gucken wir später mal... Nachher später, besser gesagt. Ach, da ist er ja wieder. Gut, dann ist das nur mal an den Sicherheitspunkten, wo die halt nicht zu sehen sind. Was spielst du denn hier so eine Rolle? Was machst denn du hier unten? Okay. Was macht denn hier unten ein Zombie? Also dieser Ewaldje-Zombie. Geh mal hier hoch. Können wir ja wieder runtergehen, aber trotzdem können wir ja mal gucken. Wahrscheinlich sind hier so hohe Levels, die kann ich nicht... Die brauchen mich nur angucken, schon bin ich tot. So hoch wie das geht, glaube ich schon. Ja. Nee. Läuft bei uns. Etch, jetzt seid ihr wieder gehustet, ohne dass ihr das mitgekriegt habt. Nö, 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 nö. So. Ähm. Günntag. Was spielen sie hier von der Rolle? So sieht man übrigens aus, wenn man sich nicht an die Corona-Regeln hält, ne? Okay, eine Maske trägt, auf Corona-Partys geht. Hm. Läuft man irgendwann so rum? Hm. So. So. Findet, wie gesagt, doof hier, dass man, äh, hier keine Karte hat. In dem Tempel. Weil, wenn man so ein Intelligenz-Bestien wie Anni hat, die sich in sowas verläuft, äh, ja. Aber gut. Erzählt doch mal, was spielt ihr denn gerade so schönet? Oder was daddelt ihr ja ne schönet? Ich kriege ja manchmal so Hinweise von, äh, Freunden und so, ne? Die sagen mir dann, ey, guck mal, hier ist ein lustiges Spiel. Teste mal. Und, ja, hab ich ja schon mal gemacht. Da hab ich das Corona-Virus-Spiel gespielt. Kann man ja sehen hier. Und, äh, war ja ins Lustig. Wollt ich ja eigentlich auch noch mal Daddelmann und Söhne machen. Ja, ja. So. Geh mal kurz hier lang. Mal sehen, wo wir hier hinkommen. Gucken mal, ob keiner guckt. So. Was bist du denn hier für eine Abteilung? Also hier kommst du runter. Das ist schön. Und die sind HETT! HETT! Wer von euch hat schon einen Schaden diesbezüglich mit dem HETT! HETT! Schreibt doch bitte hier drunter. Oh, ne, ernsthaft? Die Arschke, Skelettkämpfer. Warte mal, ich will mal eine neue Kampftechnik hier. Geil! Habt ihr das hier gesehen? Ich bin so gut. Was spielst du hier für eine Rolle? Greifst du meinen kleinen Kacka an? So, jetzt zu uns beiden. Schätzchen. Gena greift hier ungestraft meinen kleinen Scheißer an. So, haben wir. Gut betackt. So, wo sind wir denn hier? Was spielen wir denn hier für eine Rolle? So, jetzt machen wir dich mal hier platt. Hammer. So, noch inner hier ohne Fahrschein? Nö. Männer, Männer. Männer, Männer. Na, habt ihr jetzt einen Ohrwurm? Gern geschehen. Ja, so. Oh, kriegt ihr schon platt? Oh, ja klar. Läuft bei euch hier, wa? Ich glaube, ich krieg gleich ein Problem hier. Ich muss mal kurz warte in meinem Inventar gucken. Na, jetzt dachte ich aber hier. Was ist denn die Doppelklinge? Ist das für mich? Ich muss mal gleich klicken hier. Ich hoffe, das klaut mir keiner, weil sonst gibt's du heute. Äh, mal später ist mir hier zu gefährlich. Äh, so, wie immer ein Stück wieder weg hier, weil das ist mal ein bisschen zu heftig. Wenn da gleich 25 Mann angeschissen kommen. Kill ich mal eben. Dann kann ich mich mal kurz hinsetzen. Äh, ja. Dass man meine Manna hier hochgeht. Manna, Manna. Manna, Manna. Ach ja, man muss ja heute Tag aufpassen bei YouTube. Man wird ja dann gleich hier wegen Urheberrecht und so ein Scheiß, auch wenn man das singt und so am Kopf hast. Traurig. So, hab da ja nicht mitgekriegt, wa? Ich hab mir eine Zigarette angemacht. Was bin ich denn für ein Beispiel für die jungen Menschen heutzutage? Ja, die sind teilweise schlimmer wie ich. Da ich ja nicht schlimm bin. Ich bin ja ein sehr schüchternet Wesen. Alter, ernsthaft? Also, das Anmachen stehe ich ja schon ja nicht. Und schon ja nicht auf diese Weise. So. Jude, kann man zurückgehen? Das ist mal hier noch zu heftig. Was spielst du denn hier für eine Rolle, Alter? Ernsthaft? Oh, ich level ja gleich wieder. Hammer. Hä? Okay. Muss ich jetzt nicht da stehen. Noch inner und eine Fahrschein hier. Irgendwie scheint ich die Quest fertig zu haben, aber inner war irgendwie da noch. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja noch eine ganz schön Aua hier. Obwohl ich eine andere Rüstung anhabe. Aber gut. Schlumpis. Ihr levelt, ihr levelt. Nö, 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 nö. So. Ihr seid schon mal blau. 18, noch zwei Level, dann krieg ich meine Lehrlingswaffe. Da freu ich mich. Dann krieg ich eine Doppelklinge und dann krieg ich hier so ein komisches, äh, na komische Armbrust, glaube ich. Mal sehen, was ich denn benutze. Oh, scheiße, ich muss doch die Vierer jähkülen. Ja, gut. Schönes Wetter heute. Irgendwo. Aber nicht bei uns. Haben wir. Oh, das ist schön. Danke, danke, danke. Vielen Dank. So. Natürlich aufpassen, dass mein kleiner Scheißer hier nicht gleich angegriffen wird. Weil der ist mir hier zu nah an meinem Scheißer dran. Oh, ich passe ja nicht auf hier oben mit meinem Leben. Aber läuft der bei uns? Ja. Ja, klar. Ich brauch mal kurz hier, wo ist mein Inventar? Haben wir. Den haben wir voll. Den haben wir nicht voll. Scheiße. Ja, gut. Ich hoffe, dass ich dann noch irgendwann bessere Rüstung kriege. Also Rüstung. Weil, wenn die mir schon so dermaßen aufs Maul hauen, auf ihr Neunchen sagt. Äh, ja, ist schön, dass ich mir ein Blutsiegel drauf klatschen kann. Möchte ich jetzt aber nicht. Weil, scheiße, in der Kampfsituation. Aber gut. Ja, genau. Kommt doch mal zu dritt. Ich hab euch auch alle lieb. Scheiße. Meine Mann geht auch immer weiter runter. Wir brauchen einen Trank. Scheiße. Falscher Flick. Äh. Hier ist so eine blöde Fliege, die mit Tierisch auf den Sack. HALT! Ich muss aufladen. Legt euch immer genug Tränke zu, kann ich nur einen Tipp geben. So, jetzt mal kurz hier weg, hier. Der ist nicht so schlimm hier, wenn der mich angreift. Den rufst ich eben mal an und dann ist Ente der Rente. So. Weil, das macht sich nicht immer gut. Gerade in diesen Gebieten hier, wenn so eine Furcht und so ein Zombies oder so, die können nämlich eure Viecher angreifen. Ähm, da ich den aber draußen lassen möchte, weil ich möchte ja auch leveln. Der greift gleich meinen Scheißer an. Aber komm, mach mal Hände hier. Normalerweise geht das schnell hier. Guck mal, was haben wir denn eigentlich hier für komische Tränke? Äh. Haben wir hier eigentlich noch Mana-Tränke? Äh. Lululup. Ne, haben wir nicht. Doch, haben wir. Jöd. Äh, die sollten wir mal ein bisschen umlegen hier. Wir machen das mal so. Was ist denn das hier? Großer Verteidigungstrang. Wollen wir mal gleich eh nehmen. So. Kriegen wir noch genug von. So. So, kommst du hinterher? Kack, ne. Jut. Haben wir. So. Freunde. Lagt da. Jetzt geht nämlich nichts mehr runter. Aber ich hab nämlich den Verteidigungstrang drin. Na, der hält aber nicht auf Dauer. Na, der hat noch ein bisschen Klaut an mir. So. So. So, ich glaube, ich hab jetzt keine Anzeige gerade gesehen. Aber ich hau vorsichtshalber, hol ich den Ohr noch um. Und dann gehen wir mal langsam zurück, wenn wir den Weg zurückfinden. Oh mein Gott, jetzt habt ihr gehört, wie ich getrunken habe. Oh mein Gott. Ja, sie sind zu fertig. Ich muss gleich mal gucken, wie ich den kleinen Scheißer hier level. Weil, die bewegt sich ja auch nicht hier bei dem Drachling. Äh, nicht wirklich. Äh, Moment. So. Äh, bbbb. Fertige-Quest. Gehres. Erinnerung. Ja, Hornbiester. Zombies zurückschicken. Zombies in Belfast. Töte Zombies. Ja, machen wir auch noch. Voller Zorn. Das gefällt mir ja nicht, was du hier machst, du Arschgeige. Ich war weg nämlich ein bisschen pissig, wenn mein Klingkacker hier angreift, ne? Also, Freunde der Sonne. Süße, so sauer wäre ein Treffen mit der... Äh, wuchner Iris. Ja, ich weiß nicht wie. Ich muss noch Zombies killen. Aber ihr könnt mich ja noch mal ein bisschen leveln hier. Weil, wenn wir hier gerade mal sind, wer weiß, wann wir mal wieder herkommen. Bestimmt bei der nächsten Folge. Oh, oh, oh. Ja. Vielleicht schaffen wir es ja auch irgendwann mal. Weil ich produziere ja im Voraus, dass hier irgendwelche lieben Zuschauer ja noch mal mitdaddeln möchten. Gucken wir mal. Würde mich ja freuen. Habe ich ja angeboten, nicht? Wäre schon lustig. Und da hat es sich hier gerade so anbietet, umso schneller kommen wir zu unserer Lehrlingswaffe. Macht ja noch mehr Spaß. Auch wenn das für eine jetzt, sag ich mal, langweilig wird. Äh, andauernd jetzt in dem Belfast-Tempel. Äh, voll uncool. Ja. Sind wir mal ehrlich. Spielt das selber. Dann werdet ihr sehen, wie Spaß das macht. Und dadurch, dass ich den Verteidigungstrank habe, wird mir natürlich nicht abgezogen. Ja, ist schon richtig. Also, äh, in einer Gruppe zu spielen, macht natürlich mehr Fez. Fez ist übrigens die Übersetzung. Äh, ihr habt es wieder nicht gehört. Ich habe gemustet. Ähm. Spaß. Fez ist die Übersetzung für Spaß. Das fetzt voll, sagt man in Berlin. Greifst du meinen Scheißer an? Kastrier ich dich. Nur mal zur Info. Oder wie die lieber Ani immer sagen, so, da hat der Arsch Kirmes. Schalalalalala. Upsi. Ach ja. Wie lange haben wir denn schon? Na, noch ein bisschen können wir ja. Produziere, wie gesagt, immer eine Menge vor. Da man ja auch noch ein bisschen was in seinem Haushalt tun möchte. Und ich mache ja im Moment so ein bisschen meine Terrasse. Weil die Hausverwaltung macht ja hier leider Gottes nichts. Und jetzt ist das große Verteidigungszauber weg. Jetzt geht das noch. Ah, yay. So. Sind wir Level 19. Ah, nein. Ah, nein. wasser war kongi